Willkommen schon. Upsala, sorry. Da sind wir wieder. Das ist... während der Dings nicht so sinnvoll. Aber naja. Was soll's. Wir sind ja wieder da. Geht ja weiter. Ist es an? Ja, ist es an. Wunderbar. Ja, jetzt ist es besser. Problem ist nur, dass es jetzt natürlich ein bisschen mehr pixelt, als wie es soll. Das Merkpflege ist nämlich, mit umso mehr Leistung ich rausgehe, mit, ähm... Na, von der Intelligenz her. So ein doller Pixel das. Was ja vom Prinzip her meines Erachtens nach eigentlich Blödsinn ist. Soll ja eigentlich nicht so sein. Ja, im Gegenteil. Aber naja. Was soll's, was soll's. Lässt sich nicht ändern. Muss sein Willen so haben. Muss sein Willen so haben. Oh, mir auf die Nase. So, Kaffee, Kaffee. Das ist ja... Das hat vorhin noch frisch gemacht. Ah, herrlich. War nix schöneres wegen frischem Kaffee. Wollte eigentlich früher anfangen. Aber... Ich hab mich vorher noch ein bisschen in Rust rumgetrieben. Ich musste da ja leider Gottes auch wieder eine neue Base bauen, weil die auch wieder... Ja, was soll man sagen? Hab ich gerade schon erzählt, ne? PvP ist halt auch... Ist das nervig. Aber naja, was soll's. Ich hab mich recht weit und recht hoch in den Bergen. Im Schneegebiet. Und da bauen relativ wenige. Und da gibt's auch nicht viel. Und da kommen auch nicht viele hin normalerweise. Es war nicht so schön die Gegend da oben, aber... Hä? Was für ein Helfer hat denn jetzt aufgehört? Och ne, jetzt auch nicht. Ja, guck ich mir gleich an. Guck ich mir gleich an. So, dann müssen wir mal schnell hinswitchen. Weil's keilförmig wird. Oh, das ist so nervig. Der andere fährt aber noch mehr. Ja. Na gut. Müssen wir so hinnehmen. Wenn ich gleich nochmal aufhören sollte, dann... Müssen wir's halt doch selber machen. Nützt alles nichts. Was soll's. Dann machen wir das doch selber. Den müssen wir halt später kalten. Und wo später... Ja. Später ist blöd. So, das ist noch meine hier. Da kann ich ruhig reinfahren. Das ist hochgerastet. Mach nichts. Das ist eh noch... Baugebiet. Da sollen dann noch die Fahrregeln hin. Das wollte ich auch alles schon gemacht haben, aber wir haben alles nicht geschafft. Das heißt, ich hätte es vielleicht geschafft, aber... Ich hab da gestern und auch heute morgen, muss ich ehrlich sagen, gar keinen Bock drauf gehabt. Muss ich gestehen. Keinen Bock drauf gehabt. Zeit. Aber hat er auch noch Zeit. Von daher, was soll's. Alles nicht so tragisch. Alles nicht so tragisch. Na, den Rand hier müssen wir auch noch grobern. Ich weiß nicht, warum der ungegrobert ist. Keine Ahnung. Aber da war ich auch noch nicht zu Gange. Das hab ich nicht gemacht. Das war von vornherein so. Kann ich nicht sagen, warum das so ist. Ob das so sein soll. Und ab ihr misst haben. Oder kriegen. Das ist meine Regenwürmer im Boden. Die brauche ich selber. Ja. Das kommt, wenn man vorher so lange in dem anderen Spiel entgangen ist. Dann kriegt man das mit den Knöbeln mal durcheinander. Was ist denn jetzt los, meine Leid? Instabil, Alter. Was ist denn los hier? Oh, Leute, Alter. Sag mal. Ich würde mich heute verarschen. Mal so eine ernst gemeinte Frage. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, was mit Twitch heute los ist. Was für ein Problem haben. Ach. Ja, da war ich jetzt eine Ahnung. Was für ein Problem haben. Was ist denn los? ... sich im Auge behalten? Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Da habe ich eine 500 Mbit Leitung und trotzdem... Aber das liegt definitiv nicht an mir. Das muss an Twitch liegen hundertprozentig. Weil wenn ich unten bei mir ins Display gucke, meine Internetverbindung ist absolut stabil. Und bei Twitch ist instabil. Das liegt nicht an mir. Oh, Twitch ist aber auch in letzter Zeit wieder echt... Das ist gruselig, ey. Ich weiß nicht, was die, die wieder am Rumbasteln sind. Das ist schon wieder wirklich seit Wochen. Und das ist nicht nur bei mir so. Definitiv. Verstehe ich es nicht. Naja. Kann ich jetzt nichts dran machen. Ich hoffe, dass Twitch die dann immer wieder einkriegt. Hier ist doch kein Update oder irgendwas in Gange. Nein. Überhaupt gar nichts. Auf der Konsole auch nicht. Verstehe ich nicht. Hm. Oh Leute, das nervt mich gerade so sehr, dass wir gerade mal ganz kurz abbrechen müssen. Ich muss gerade einmal neu starten. Das ist alles nichts. Das nervt mich gerade wirklich ganz vehement. Ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Ich breche mal hier eben ab. Das hat keinen Zweck so. Ja. Ja. Ich werde noch wieder überlegen. Vielen Dank.